Ganz wesentlich bei der Verwendung von bürotechnischen Gegenständen sind die Sicherheitsbestimmungen. Lesen Sie bitte aufmerksam die Gebrauchsanleitung, die auf jedem Produkt aufgedruckt sein muss. Beachten Sie die Verwendungsbestimmungen und Beschränkungen, beispielsweise nicht im Ortsgebiet bei größeren Menschenansammlungen vor Kirchen, vor Krankenhäusern, Krankenanstaltungen und Kindergärten dürfen sie ebenfalls nicht verwendet werden. Ganz wichtig ist, bürotechnische Gegenstände gehören nicht in die Hände von Kindern und von Betrunkenen. Diesen Servicetipp widmet Ihnen der Pyrotechnik-Handel in der WKO Oberösterreich.